Findet, man freut mich mit diesen Make-up-Looks eigentlich hässlich? Hey, was soll das denn? Warum sollte er? Okay, nein, Spaß. Ich muss aber sagen, meistens findet er es ganz schön. Oh, ich glaube, ich habe zu viel Kleber benutzt. Also, wenn ich jemandem schminke wie Ariel oder Avatar. Aber heute habe ich ihn gefragt, wie er diesen Look hier findet. Und wisst ihr was? Es war einfach die größte Frechheit. Er wollte mir einfach keinen Kuss geben. Sorry, aber ich kann echt nicht verstehen, warum nicht.